Das heutige Horoskop, Krebs, 4. Dezember 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Der Dezember beginnt mit voller Energie. Mentaler Merkur, der Planet des Geistes und der Kommunikation, wirbelt durch den Himmel und wird eine wunderschöne Ausrichtung eingehen, die als Sextil mit unserem Planeten des großen Aufsehrs bekannt ist. Wann immer sich unser kosmischer Bote mit Saturn verbindet, können Sie eine fundiertere, verantwortungsvollere und realistischere Herangehensweise an das Leben und Ihre Beziehungen verkörpern. Lassen Sie diese Energie in Gespräche über langfristige Planung und Ziele mit Ihrem Schatz einfließen. Wenn Sie gemeinsam ein Versprechen abgeben, einen Plan ausarbeiten oder Vereinbarungen formulieren, nutzen Sie die Energien der Manifestation und des Erfolgs. Denken Sie praktisch und Sie werden belohnt. Du wirst so weit kommen. Sprechen Sie positiv über Ihre Fortschritte auf Ihrer beruflichen Laufbahn, wenn Merkur im Steinbock im Sextil mit Saturn in den Fischen steht. Das gutmütige Sextil wird Sie dazu ermutigen, optimistischer zu sein, ohne Ihren realistischen Blick auf Ihren beruflichen Werdegang zu verlieren. Glücklicherweise werden Sie in dieser Zeit wahrscheinlich ein ziemliches Vertrauen in Ihre beruflichen Verpflichtungen und Partnerschaften haben. Dadurch könnte es Ihnen helfen, ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wohin Ihre berufliche Reise führt. Seien Sie einfach zuversichtlich, dass Sie über die richtigen professionellen Vorkehrungen verfügen, die Ihnen auf Ihrer Reise zum Erfolg verhelfen. Abseits des Trubels der Arbeitswoche ist der Mond nicht nur Ihr Einkommenssektor, sondern auch ein freundlicher Aspekt der Sonne am Arbeitsplatz und Chiron an der Karrierefront, der alles zusammenfügt. Nur wenige Tage nachdem Sie als Vollmond aufeinanderprallten, harmonieren Sonne und Mond nicht nur miteinander, sondern stärken auch das Selbstvertrauen und das Bewusstsein in Bezug auf Einkommen und Beruf. Experimentieren macht den meisten von uns Spaß. Manchmal ist es sogar notwendig, der Tendenz, zu viel Neues auszuprobieren, Einhalt zu gebieten. Wenn Sie beispielsweise vorhaben, ein neues Essen auszuprobieren, stellen Sie sicher, dass Sie auch etwas zubereiten oder bestellen, von dem Sie wissen, dass es Ihnen schmeckt und das auch nahrhaft ist. Sich um die eigene Ernährung zu kümmern ist wie die Ernährung eines Kindes zu verwalten, man muss verantwortungsbewusst und liebevoll sein. Experimentieren Sie damit, mehr Wege zu finden, wie Sie liebevoll zu sich selbst sein können. Es ist ein Tag und der Schwerpunkt dieses Tages wird darauf liegen, dass Sie über die Beziehungen in Ihrem Leben nachdenken. Wenn es um die Arbeitswelt geht, sind Sie dafür bekannt, dass Sie eine sehr engagierte und fleißige Person sind. Aber wie oft drücken Sie Ihre Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber denen aus, mit denen Sie täglich zusammenarbeiten? Nehmen Sie sich noch heute die Zeit, dies zu tun. Sagen Sie Ihre Meinung oder laden Sie, wenn Sie möchten, jemanden zum Mittagessen ein. Vergessen Sie nicht, dass es in Geschäften und im Internet zahlreiche Grußkarten gibt, die speziell für diesen Zweck hergestellt wurden. Merkur ist in Bewegung und der Zeitpunkt könnte nicht besser sein. Wenn Merkur Ihren Arbeitsbereich verlässt, hinterlässt er Ihnen alles, was Sie brauchen, um den Überblick zu behalten und auf Trab zu bleiben. Merkur wird in drei Wochen zurück sein und noch bevor er den Mond verlässt, wird die Rückkehr in Ihren Einkommensbereich beginnen, die Einkommens-, Arbeits- und Karrierefronten in Einklang zu bringen. Es ist jedoch der Zusammenstoß des Mondes mit Pluto in Ihrem Beziehungsbereich, kurz bevor er heute den Krebs verlässt, der Merkur, den Planeten der Kommunikation, so zeitgemäß in Ihren Beziehungsbereich zurückkehren lässt. Das letzte, was der Mond heute tun wird, bevor er den Krebs verlässt, ist eine Kollision mit Pluto in Ihrem Beziehungsbereich, wie es bei jedem monatlichen Besuch der Fall ist. Der Unterschied besteht dieses Mal darin, dass Merkur, der Planet der Kommunikation, kurz bevor der Mond verlässt, bald in Ihren Beziehungsbereich zurückkehrt. Was auch immer der Mond ausströmen mag, Merkur kehrt gerade rechtzeitig zurück, um dem eine Stimme zu geben. Täglicher Planetenüberblick Die gegenwärtigen kosmischen Energien drängen uns zu einer bedeutenden Entwicklung, aber die Reise ist nicht einfach. Es ist ratsam, einen maßvollen Ansatz zu verfolgen, insbesondere unter dem Einfluss des Löwemonds und wenn Merkur in den Steinbock eintritt. Transformation ist ein schrittweiser Prozess. Wenn Sie sich an eine konsistente Routine halten und gleichzeitig schrittweise Anpassungen vornehmen, können Sie Fortschritte erzielen, ohne Ihre Psyche zu überfordern. Das Erreichen des Gleichgewichts kann eine Herausforderung darstellen, daher ist es wichtig, den Stresspiegel effektiv zu bewältigen. Obwohl Sie voller innovativer Ideen sind, fehlt Ihnen möglicherweise die übliche Energie oder Begeisterung, diese umzusetzen. Teilen Sie Ihren Angehörigen Ihre Gefühle mit, da diese möglicherweise nicht verstehen, warum Sie zögern, sich an Ihren Plänen zu beteiligen. Teilen Sie ihnen mit, dass Sie eine ruhige, einsame Zeit brauchen, um Ihr emotionales Wohlbefinden wiederherzustellen. Seien Sie in finanziellen Angelegenheiten maßvoll. Auch wenn Sie derzeit vielleicht zufrieden sind, sollten Sie die Vor- und Nachteile sorgfältig abwägen, insbesondere wenn Sie Geld leihen. Seien Sie vorsichtig, wenn Personen bei der Kreditaufnahme unzuverlässige Versprechungen machen und stellen Sie sicher, dass alles schriftlich dokumentiert wird. Dieser Ansatz sorgt nicht nur für Sicherheit, sondern schützt auch Ihr Vermögen. Ihr gelassenes und selbstbewusstes Auftreten dient als natürliche Quelle der Vitalität. Selbst angesichts von Widrigkeiten meistern Sie das Leben mit Leichtigkeit und tauchen ohne zu zögern ein. Erwarten Sie etwas Besonderes, denn Ihre Mitmenschen werden von Ihrer Spontaneität fasziniert sein. Während sich Venus Ihrem Finanzsektor nähert und Merkur den ersten Schritt zum Abschluss dieses Berufsjahres einleitet, sollten Sie sich sowohl auf Einkommens- als auch auf Karriereaspekte konzentrieren. Die Planeten auf der gegenüberliegenden Seite des Himmels in Ihrem Einkommensbereich erfordern immer noch Beachtung und bieten die Möglichkeit für einen umfassenden Fokus. Himmel für heute Sie stehen vor Herausforderungen, die Ihre Aufmerksamkeit und Ihren strategischen Umgang erfordern. Es ist möglich, dass externe Faktoren, beispielsweise jemand, der gegen Sie arbeitet oder lediglich eine störende Präsenz hat, zu diesen Schwierigkeiten beitragen. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, diesen Herausforderungen mit der gebührenden Aufmerksamkeit zu begegnen und sie anzugehen. Wenn Sie sie vernachlässigen, kann dies negative Auswirkungen auf Ihr Leben haben, wenn Sie sie unbeaufsichtigt lassen. Nehmen Sie sich die Zeit, mit diesen Hindernissen umzugehen, um ein ausgeglichenes und stabiles Leben zu führen. Die Rückkehr von Merkur in Ihren Finanzsektor mag im unmittelbaren Kontext bescheiden erscheinen. Sie hat jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung der Ereignisse in den nächsten zwei Monaten. Dies markiert den Beginn eines Prozesses, der verschiedene finanzielle Angelegenheiten in Gang setzt. Die Ankunft von Merkur bringt eine intelligente, analytische Perspektive in Ihre Finanzentscheidungen und bereitet Sie darauf vor, spontan zu denken. Dieser Schritt steht auch im Einklang mit den letzten sieben Wochen von Pluto, dem Planeten des Wandels und der Revolution, in diesem Sektor und markiert eine entscheidende Zeit für die finanzielle Transformation. Trotz des scheinbar reibungslosen Ablaufs sehnen Sie sich nach Anerkennung und Sonderbehandlung. Wenn Sie mit dem aktuellen Stand der Dinge unzufrieden sind, fühlen Sie sich vielleicht unempfänglich und unfähig, positive Maßnahmen zu ergreifen. Es ist wichtig, noch einmal zu überdenken, ob Ihre Erwartungen realistisch sind und gegebenenfalls Wunschdenken aufzugeben, um Frustrationen zu lindern. Erwägen Sie, geplante Investitionen und Anschaffungen zu verschieben, um mögliche Rückschläge durch unvorhergesehene Ereignisse zu vermeiden. Behalten Sie die finanzielle Flexibilität bei, um auf unerwartete Ereignisse reagieren zu können und befolgen Sie keine Ratschläge, die nicht Ihren Überzeugungen entsprechen. Dieser umsichtige Ansatz trägt dazu bei, Ihre Ressourcen zu schützen und Unsicherheiten effektiv zu bewältigen. Wir wollen